Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jasmo und ich möchte Ihnen sehr gerne das Blitzlichtgebieter empfehlen. Sie fragen sich vielleicht, was das ist. Es ist der Abschluss vom Werther Wiener Liedfestival, das vom 21. April bis 21. Mai geht. Und am 21. Mai kommen wir alle in den Staatssaal um 20 Uhr und schauen uns das Ganze an. Es ist ein Jazz-Poetry-Slam, begleitet wird vom Jazz-Trio. Bauerschläge, Rufberger, Poeten und Poetinnen aus allen Landen kommen her und tragen ihre Gedichte vor, während dem Musik dabei gespielt wird und Tesak und Blatzek spielen auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017